Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Mikomenik. Heute spielen wir mal Countmaster. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich weiß nicht woran es liegt. Also am Wetter wahrscheinlich so kalt in Dortmund. Also wir spielen Countmaster. Das ist auch ein kostenloses Spiel. Ja ich bin eigentlich schon durch. Obwohl nee, ich habe noch nicht alles durchgeschafft. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich brauche noch ein Skin. Dann habe ich es durch. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Und dann starten wir mal rein. Also ich fahre jetzt mit dem Schiff und attackiere Leute. Wenn ihr Flugmodus geht, dann kommt einfach keine Werbung. Das ist einfach für mich jedenfalls besser. Okay, dann nehmen wir mal zwei mal fünf plus 60. Dann muss ich das perfekte Timing haben. Und jetzt. Ja perfekt. Gar keiner wurde mitgenommen. Easy. Okay. Zack. Und weiter. Wir starten mal direkt in eine neue Runde rein. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr gerne für Spiele hättet. Also was ich so hochladen soll. Welche Handygames oder überhaupt Handygames. Oder ich kann ja auch nochmal was anderes hochladen. Playmobil-Videos oder irgendwie sowas. Oder Lego. Stop Motion. Ach scheiße. Da seid ihr frei überlassen. So. Okay, wir besiegen jetzt den Boss. Schaffen wir das? Oh mein Gott, das ist wirklich knapp. Der hat zu dem letzten Schlag angesetzt. Dann wären wir tot gewesen. Okay. Dann nochmal rein. Mal drei. Hab ich? War das besser? Ich hab keine Ahnung. So. Plus 25 und plus 60. Und dankeschön an den Kommentar, der einer geschrieben hat. Bester YouTuber. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, es bringt meinen Kanal weiter. Auf dem Weg. Also ich möchte 1000 Abonnenten haben. Und da möchte ich diese Mitgliedschaft machen oder so. Okay. Let's go. Mal fünf. So. Plus 60. Und spring. Hui. Okay. Ich komme auf Multiplikator 4,8. So. Perfekt. So. Dann attackiere ich nochmal. Bei manchen, dieser Attackierungs-Dings, da kann man gar nicht gewinnen. Ist voll unfair. So. Attackieren. Ich hab halt die ganze Karte schon voll, deswegen werde ich irgendwo reingepackt. Äh. Mal zwei. Plus 20. Und mal fünf. Da brauch ich kein Timing oder so. Da muss ich einfach nur reingehen. Das gewinne ich nicht. Also nicht direkt. Boah. Der hat wirklich ein HP. So. Jetzt aber. Komm schon. Und. Ja. Perfekt. Geil. Okay. Das war's dann mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dann zu einem neuen Video. Euer Miko Maniac. Ciao, ciao.